Die vier Mädels, die wir jetzt zu Gast haben, sind nicht die Hauptdarstellerinnen aus dem letzten Video von Dieter Bohlen, sondern die amerikanische Mädchenband Wichsen. Tja, und was das bedeutet, das dürfte mittlerweile jeder wissen. Im Deutschen nichts anderes als junge Füchse. Hier sind sie mit Crying. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 But you won't get me crying anymore I won't be crying, crying When I think about you Cause they open my eyes And I won't be crying, crying Before things are gone Crying, crying When I think about you Cause they open my eyes And I won't be crying, crying So weit Wichsen mit Crying Ich mag euer Outfit hier sehr gerne, aber tragt ihr sowas auch privat? Well, we don't sleep in these outfits I'll tell you that for sure But these are our stage clothes that we wear You know, for shows and stuff like that But normally we dress sort of like this But a little more casual Jeans and stuff like that Seit neun Wochen ist Bobby McFerrin in Deutschland Nr. 1 Mit einem A Cappella Stück Was hattet ihr von A Cappella Musik? Well, A Cappella Musik Isn't something we listen to on a regular basis But when Bobby McFerrin does it We listen because he's incredible He's real amazing As far as doing it in the future I think Jan, before the rest of us were in the band Might have something to say about that We used to do a Lennon-McCartney song called It's for you And it was a great song Maybe we'll have to bring it back Try it again Wer Wichsen mal sehen will live Sie sind jetzt als Vorgruppe von den Scorpions auf Tournee Vielleicht bringen sie ja da dieses A Cappella Stück Das war's für diese Woche Wir haben Bobby McFerrin als letztes Video Mit seinem neuen, mit Good Lovin' Passt auf euch auf, bis nächste Woche Wiedersehen Wiedersehen Keep rockin'